Jonathan Manfrelotti ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der in mehreren Sitcoms mitgespielt hat. Karriere Manfrelotti bekam seine erste Rolle in Florida in Amerika, im Jahr 1992. Seither hat er mehrere kleine Auftritte in verschiedenen Mainstream-Shows gemacht. Dazu gehören Low & Order, Seinfeld, Braten und Bräute und NYPD Blue. Er trat auch in mehreren Filmen auf, verbraten und verkauft, zum Glück geküsst, Willkommen in Moseport, Das Verbrechen des Jahrhunderts und Agent 00 mit der Lizenz zum Tod lachen. Seine ersten großen Rolle hatte er als Johnny in 25 Folgen sowohl in Alle lieben Raymond als auch in King of Queens. Filmografie 1992 Flodder, eine Familie zum Knutschen in Manhattan 1992 Low & Order 1995 Seinfeld 1995 Braten und Bräute 1996 Agent 00 mit der Lizenz zum Tod lachen 1996 Das Verbrechen des Jahrhunderts 1997 zu 2005 Alle lieben Raymond 2000 2005 King of Queens 2004 Willkommen in Moseport 2005 New York Cops New York Cops NYPD Blue 2006 Verbraten und verkauft 2006 Zum Glück geküsst 2009 Men of Assert A.G.E. 2010 zu 2012 Mad Men catalyst 2005 1995 A.G.E. 2006 A.G.E. A.G.E.